Ich kann immer noch keine Ersatzteile erstellen, ne? So langsam glaube ich, dass das Absicht ist, dass man das Scheißding nicht findet. Ich meine, man kann Schrotflinten herstellen, Medikits, aber man kommt nicht auf die Idee, Ersatzteile replizieren zu können. Was ist das denn für eine Logik? Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Prey. Wir sind hier in der Wasseraufbereitung und haben das Arlbecken aufgemacht. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Bäh. E-Mails. Sachen. Wir haben einen Schlagverstärker bekommen. Uh. Können wir nicht irgendwie einen Schrotflintenverstärker benutzen? Was ist das denn hier alles? Hm. Interessant. Hm. Biologisch gefährlicher Abfall. Haben wir hier schon gelootet? Ja. Prey. Wo ist denn das Arschloch? Da komm ich nicht rein. Wie komm ich denn jetzt nochmal durch die... Ich muss nicht mal schlau, wenn ich durch diese Scheißtüren komme. Hm. Da geht's runter. Scheiße. Wo ist Walter? Ich brauch ihn hier. Walter. Brauch dich. Obwohl. Ach. Ich komm wieder. Ich muss sowieso wiederkommen. Pass auf, Walter. Wir gehen jetzt mal zu der Reaktorkontrolle, bevor ich mich da wieder totlaufe. Ich hab noch Munition. Ich sollte es noch, äh, nutzen, hier weiter zu gehen. Jetzt bauen wir aber den Walter hier auf. Hier. So. Weil wenn wir wiederkommen, wird's hier wimmeln von Gegnern wie immer. Kraftwerk. Bestätige. Es gibt immer an so einem Spiel mit Raumstationen Reaktor oder Kraftwerk oder so. Das gibt's immer. Ja. Geht's im Reaktor um, boote neu oder starte den Reaktor oder so. Gibt's immer. Okay. Ich find ja diese Typhoon cool. Aber wie können ein Typhoon, Psycho oder Elektro oder so Zeug, äh. Ich find's cooler, wenn das einfach so primitive Monster wären. Oh nein. Ich weiß nicht. Sie war nicht oft hier, aber. Ich kann sie über ihr Armband verfolgen. Und von hier aus führen. Ah, Mist. Ich hasse Zisten. Ich hasse Schlümpfe. Bleibt bloß da, wo ihr seid. Habt ihr das gehört? Wie so eine Seeku. Da ist es doch. Bäh, bäh, bäh. Ich hasse Zisten. Die sind so eklig. Kraftwerk, bla. Kann ich da einfach... Nein. Denken wir das einfach mal. Wir wollen da durch. Wir wollen da durch. Die nehmen wir mal mit. Oh, guck mal, kleine. Nein, 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 nein. Friss die Leiche nicht. Böse, böse, böse. Ach, haben sie schon. Nur einer raus, ne? Warum gehst du da oben rein? Cool, guck mal. Er geht da oben hin. Und dann... Kommt er wieder raus. Woa, 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 woa. Öffnung freigeräumt. Operator Einsatz fortsetzen. Öffnung freigeräumt? Woa! Oh, ah. Schmerzen. Cool. Der Erdungswiderstand ist defekt. Wechseln Sie ihn aus, dann gibt es Licht. Ist das alles? Hey. Sie klingen nervös. Was ist los? Ich wollte den Widerstand gestern wechseln. Und? Er ist zu einer Art Pappe geschmolzen. Och, total ekelhaft. Mist, äh. Das steht nicht in dem Bericht, oder? Ich brauch ein bisschen Schlaf. Meine Schicht ist sowieso... Oh Gott! Ich wollte kurzer... Oh Gott, das ist zu wich. Immerhin können wir noch Transcribes hören. Scheiße! Ich wollte doch nur da durchspringen, das Ding zu schießen. Mist, ich brauch mehr Schrotflinten-Munition. Wir haben einen Walther hier unten! Wir hatten einen Walther hier unten. Not the rest of the person only. Curious to... Ey, geht's da etwa zu dem... Komm, wir gucken einfach mal, ob wir in der Ersatzzeit... Oh! Ah! Dreimal F. Nicht zu schwer für den Herr, Altemar. Nein, nicht gut. Nicht gut! Na, wollt ihr da hingehen, ihr kleinen Hässlichen? Nicht? Ja. Doch. Vielleicht doch. Vielleicht hätte ich mir nur noch ein paar Medikids machen sollen. Medikinder! Oh Mann, ich hätte meinen Anzug reparieren sollen vollständig. Scheiße, scheiße. Nicht gut. Oh Mann, das war ja auch so intelligent jetzt. Kann ich da einfach einen Recycler dahin werfen? Ne, dann recycelt der vielleicht Sachen, die ich brauche. Hm. Mann, so eine normale Granate wäre toll. Ich habe da gespeichert! Nein! Okay. 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 Shht. 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 Geht doch! Ah! Ey, ich habe doch Munition extra gefunden! Hm. Okay. So, wir können jetzt mal endlich Essen benutzen. Wir haben auch so viel davon. Alkohol für die Sinne. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. Da will ich durch! Da will ich durch! Da will ich durch! Geht doch schnell auf! Scheiße! Ich sehe, ich ahne und spüre Schreckliches. Okay. Okay, pass auf. Ich muss jetzt direkt auf diese Arschgeigen schießen, damit die tot sind schon mal. Mit der Schrotflinte. Sie haben mich gesucht? Ja, äh... Was ist mit Michaelas Büro? Ich habe einen Vorfall gemeldet. Der ist bestimmt vorhanden. Oh! Ah, maaaann! Was ist mit Michaelas Büro? Das haben wir doch schon gehört mit Michaelas Dingens. Okay. Das kann ich knicken hier. Aber sowas von... Okay. So. Ja, äh... Was ist mit Michaelas Büro? Ich habe einen Vorfall gemeldet. Der ist bestimmt spannend, aber ich habe keine Zeit. Ich muss eine Mannschaft auf die andere Seite dieses Bruchs bringen. Also, wo liegt das Problem? Das Problem ist, da drinnen ist es dunkler als in meinem Arsch. Der Erdungswiderstand ist defekt. Wechseln Sie ihn aus, dann gibt es Licht. Ist das alles? Hey, Sie klingen nervös. Was ist los? Ich wollte den Widerstand gestern wechseln. Und? Er ist zu einer Art Pampe geschmolzen. Och, total ekelhaft. Mist, Len. Das steht nicht in dem Bericht, oder? Ich brauche ein bisschen Schlaf. Meine Schicht ist sowieso vorbei. Vielleicht haben Sie ja mehr Glück. Ich fühle mich hier nicht wohl. Hier oben ist Walter. Die können auch immer überall hinschießen. Die treffen mich auch immer überall. Das macht keinen Spaß. Ich habe zu einer scheiß Stelle gespeichert. Aber es ist scheißegal, ob ich hier drinnen bin oder nicht. Ich brauche ein bisschen Schlaf. Meine Schicht ist sowieso vorbei. Vielleicht haben Sie ja mehr Glück. Zu wenig Munition für die ganzen Penner. Also, ich hab das... Ich bin vor allem... Ich bin vor allem... Ich bin vor allem... Ach toll, die schießen natürlich durch alles durch. Ich sehe mich jetzt sterben. Jede Sekunde. Komm schon. Ich mache hier nochmal. Schieß kaputt. Alter, los. Oh, ich bin ins Loch gefallen. Ich nehme jetzt das Nullwellen-Arsch-Teil. Das Ding ist, mit dem Nullwellen-Ding kann man vielleicht toll schießen, aber man kann sich ja nicht bewegen und die Typen können halt immer genau auf die Position schießen, wo man ist. Was macht man, wenn man ein scheiß KI hat? Während man erfüllt was, was Auto-Aim besitzt. Arsch. Deine Option, Walter. Walter. Scheiße, Walter ist tot. Ah, 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 ah. Oh, Mann, ist jetzt auslöschen. Sie müssen nicht mehr aufzuhören. Das sieht doch schon mal besser aus. Ah. Kinderspiel. Überhaupt nicht lang gedauert. Jetzt habe ich aber auch keine Zeile mehr. Ich kann auch keine Toten scannen. Jetzt haben wir doch was, wenn wir hier hinlaufen. Genau. In der so und so Kammer. Hier oben. Ich muss mal da oben. Pass auf. Warum seid ihr jetzt alle kaputt gegangen schon wieder? Ich habe euch doch gerade repariert. Meine Güte. Ist doch teuer jedes Mal. Ich kann immer noch keine Ersatzteile herstellen. So langsam glaube ich, dass das Absicht ist. Dass man das Scheißding nicht findet. Ich meine, man kann Schrotflinten herstellen. Medikits. Aber man kommt nicht auf die Idee, Ersatzteile replizieren zu können. Was ist das denn für eine Logik? Automatisches Auslöschergeschütz. Keine Arschlöcher mehr hier? Okay. Das Ersatzteillager hier. Hier sind aber auch keine Ersatzteile, ne? Ist nicht das richtig? Oh nein! Das Glucanon-Fabrikatorplan-Dingen. Super! Das haben wir gebraucht. Und das Schrotflintending ja auch, ne? Weil es ist ja auch so sinnvoll. Okay, wir haben hier ganz viele Sachen zum Austauschen. Erdungswiderstand. Waffenupgrades. Ja, genau. Erdungsdingens. Was ist das denn für ein Balkon? Achso. Oder haben wir noch ein bisschen? Nochmal drei Schuss. Das hat's schon echt gelohnt hier drin. Wo ist denn diese Tusse? Sie liegt vielleicht hier unten? Wir haben ja nicht richtig geguckt, wo was liegt. Speicher lieber nochmal. Mama ist ja nie! Mama ist ja nie! Matthew Connelly? Hey, Matthew Connelly! Bei dem haben wir ein paar Audio-Dinger gehabt. Bei dem... Bei was? Wo soll die sein? Äh... Kühlungs... Irgendwas! Kühlung! Hm. Storage Room? Was hat die gesagt? Der meine ich. Die, der... Ich bin hier. Kühlmittelkammer. Ich bin oben reingekommen. Hallo? Kühlmittelkammer? Ich habe keine Ahnung. Egal, Leute. Ich suche jetzt mal hier. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Guck mal, kann ich hier irgendwas nehmen, oder? Nächste Folge wieder bei Prey. Okay, Leute. Bis dahin. Haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.